Das Wort hat der Regierungsrat Urs Hofmann. Wir wissen es alle, der November ist ein düsterer Monat. Schon dass er in den katholischen Gebieten mit Allerheiligen und der Besuch auf die Gräber der Verstorbenen anfängt, ist ein Sinnbild dafür, wie wir diesen Monat tiefen empfinden. Und dass es viel Nebel hat, nass ist schon ungemütlich, wie auch dieses Jahr immer mal wieder zu skien, das ist typisch für unseren November. Viele von uns haben Mühe mit diesen düsteren Tagen, wenn die Nächte immer länger werden. Da passt es irgendwie dazu, dass präzise heute vor 49 Jahren, am 22. November 1963, der amerikanische Präsident John F. Kennedy zu Dallas, Texas, ermordet worden ist. Apropos Ermordung von Kennedy, Sie kennen sicher auch Ereignisse, die weit zurückliegen, die uns persönlich eigentlich gar nicht betreffen würden und die wir doch nie vergessen. Kennedys Tod war eines von ihnen. Wie wenn es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich noch daran, wie mein Vater ausnahmsweise mal den Brick gekauft hat und mir zu Hause am Stubentisch Bilder aus Amerika angeschaut haben. Mit dem Kennedy ist für viele ein Stück Zukunftshoffnung ausgelöscht worden. In einer Zeit des Kalten Krieges, in der wir nicht gewusst haben, ob er bei uns bald wieder Krieg kommen würde. An der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten am 21. August 1968, wo wir im Bittschulhaus Zarau bei unserem Singlierer Bertschi um ein Radio gehockt sind und das Weltgeschehen miterlebt haben, oder den 11. September 2001, sind solche Daten, die viele von uns nie vergessen werden. Immerhin, es gibt auch erfreuliche Ereignisse, die einem ewig in Erinnerung bleiben. So der Fall der Berliner Mauer 1989, am 9. November notabene. Am November kann also etwas Positives passieren. Überhaupt, der November ist für mich einer der schönsten Monate. Denn am 27. November habe ich Geburtstag und darauf freue ich mich. Als ich im November 1956 auf die Welt gekommen bin, wussten meine Eltern allerdings nicht, in welcher Welt ihr Kind denn einig wird leben. Mit der Niederschlagung vom Volksaufstand in Ungarn und der Suez-Krise ist die Welt gerade dort am Rand eines weiteren grossen Krieges standen. Dass wir in der Schweiz und in Westeuropa Sitterfrieden und auch Wohlstand haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab schon schlimmere Zeiten als heute. Denken wir daran, wenn uns die Novembernebel, die Kälte, die Nässe und die Dunkelheit immer wieder zu schaffen machen. Und helfen wir einander, dass wir nach den düsteren Zeiten möglichst rasch wieder Licht, Sonne und Wärme sehen und spüren. So weit die ganz persönliche Meinung vom Regierungsrat Urs Hoffmann. Exklusiv bei Radio Argovia.